Hey Skylander, ich will helfen das Blatt für diesen Sumpf zu wenden. Der Legende nach können Geister Flüche vertreiben, aber als eine Gruppe von ihnen hierher geschickt wurde, ist ihre Rakete abgestürzt. Ich habe einen Plan sie zurückzuholen, aber dafür brauche ich Ice Creams Hilfe. Hast du sie gesehen? Ice Cream. Dein Name klingt irgendwie lecker. Tut mir leid, das hörst du sicher oft. Schätze, du hast von meinem Plan gehört, die Geister zu holen, um den Fluch zu vertreiben, was? Ich dachte mir, dass du die Beste, was auch immer, für den Job bist. Drei, zwei, eins, los! Du hast einen Geist befreit! 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 Das war's für heute. Oh, oh, oh. Das war's für heute. Du hast einen Geist befreit. 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 Tja, keine Ahnung, ob die Geister den Fluch wirklich aus diesem Sumpf vertreiben können. Es ist wohl ein ziemlich übler, aber sie werden es weiter versuchen. In der Zwischenzeit soll ich dir diese Belohnung geben, weil du sie gerettet hast. Das ging ins Auge. Im positiven Sinn.